Die umfangreichen Messdaten werden über eine Windows-Software als Ganzkörper-Aura, Chakras oder Biofeedback-Graphen dargestellt. Die Aura-Farben des dynamischen Aura-Bildes decken sich weitestgehend mit der Wahrnehmung aurasichtiger Menschen. Die Biofeedback-Analyse-Software zeigt den Fluss der Lebensenergie in 43 Organzonen. Diese Werte entsprechen der chinesischen und indischen Pulsdiagnose. Zur Analyse-Software gibt es verschiedene therapeutische Software-Module für die Interpretation oder Harmonisierung der Organzonen, wie zum Beispiel die Chroma Life Wellness und Beauty Software. In diesem Software-Modul werden neben physischen und psychischen Organinformationen harmonisierende Farblichtanwendungen für die Hand- und Gesichtsreflexzonen gegeben. Das Auraskop, das ca. 21 Seiten tiefgründige energetische Interpretationen zu den einzelnen Organfarben liefert. Oder der ganzheitliche Therapieassistent, der dem heilkundigen wie auch dem Autodidakten umfangreiches naturheilkundliches Wissen und Behandlungsvorschläge bietet. Ganz neu entwickelt wurden jetzt zwei Software-Programme für das Bio-Pulsar-System. Erstens die Aroma-Spa-Software. Diese Software ist zur Unterstützung des Beraters von ätherischen Ölen gedacht. Hier findet man zu jeder Reflexzone komplexes Fachwissen, Produktempfehlungen und diverse Anwendungsmöglichkeiten. Die Software ist benutzerfreundlich und reich bebildert. Der Young Living Berater kann über die geschützte Webseite www.aroma.now.com noch weitere Fachinformationen zu den einzelnen Young Living Produkten erhalten. Und die Webseite wird laufend aktualisiert. Und zweitens die Sport- und Fitnesssoftware. Zum bioenergetischen Fitness- und Energiecheck liefert diese Software dem Trainer oder Physiotherapeuten detailliertes Wissen über Organe auf physischer und psychologischer Ebene. Hier werden Behandlungsmöglichkeiten von neurolymphatischen Muskelzonen mit ätherischen Ölen und sportlichen Übungen an Fitnessgeräten präsentiert, die das individuelle System stärken und harmonisieren können. Das Bio-Poussard-System wird gerne eingesetzt für ganzheitliche bioenergetische Analysen oder Diagnosen, Lebensberatung auf körperlicher, psychologischer und spiritueller Ebene, Produktaustestung oder Verträglichkeitsmessungen von Gesundheitsprodukten, Kontrollmessungen zum Beispiel nach einer Therapie, Anwendung oder Beratung, ganzheitliches Sport- und Fitnesstraining, Lebensenergieforschung und vieles mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.